willkommen zu einem neuen video und zwar reden wir heute über meiner Meinung nach den besten segen für pve kommen wir mal zu warum also einmal weil der segen allgemein gut ist und weil er schon ab level 1 einen extremen impact auf eure accounts hat was diese segen macht wie er funktioniert das zeige ich euch heute kommen wir noch mal zu wie ihr euch diesen segen besorgen könnt wer das video noch nicht gesehen hat schaut euch das bitte noch mal an das seelensystem im detail mit den ganzen ressourcen ihr könnt euch hier gibt es jeden tag oder im wechsel alle zwölf stunden hier stufe 1 segen für 20 von diesen essenzen also ihr braucht dann im prinzip die potenten die großen kommen dann erst später zum tragen wenn man dann weiter sind aber das könnt ihr mal außen vor lassen wir reden jetzt von den einsternen version wenn ihr diese einsternen version von champs bekommt die ihr am clan boss bei doom tower bossen bei hydra spielen wollt das spielt aktuell und sie haben sogar noch aoe skills dann sind diese gegen perfekt für euch es lohnt sich nicht auf champs die nur von drei skills einen auf den gegner benutzen weil dann würden die zwei einfach irgendwo nie war nach high landen weil irgendwelche champions gebracht werden es geht darum champions die angreifen und jetzt kann ich fragen ja aber was bringt das groß wenn so ein segen da drauf ist und von welchem reden wir überhaupt wir reden von dem sogenannten brimstone barf legen oder brimstone 2 ist ja hier ja und zwar geht es um den zerschmettern debuff wie funktioniert das hier greift den gegner an und pleitern einen debuff der nicht entfernt werden kann der und jetzt kommt sie ja müsste aber wissen der mit rüchert schaden wert von 25 prozent der maximalen lp des betroffenen champions an und schade zudem alle anderen gegner um fünf prozent 25 prozent das ist extrem viel und natürlich heißt das klartext ein burst so natürlich sind dann auch viele bosse gecappt das heißt sie dort einfach am maximum kämpft aber trotzdem es ist einfach ein enormer schaden so und warum ist dieser brimstone segen so gut ab stufe 1 20 prozent chance auf zerschmettern okay zerschmettern die macht immer den gleichen schaden auf 1 2 3 4 5 oder 6 chance in die steigt an jetzt denkt man 20 prozent ist nicht viel 20 prozent ist sehr viel es gibt segen die zum beispiel nehmen wir mal jetzt hier den vernichtenden riss der erste treffer ignorierten und zahlia die wird nur der letzte treffer macht erst den skill oder diesen segen erst mal so richtig porno nächstes mal ja das heißt das ist so der segen den ihr auf legendäre champs haben wollt und was das ganze heißt von impact das zeige ich euch mal jetzt unterschied ich habe es auf vielen champs durchgetestet es gibt segen die die defense mit der zeit auf gegner ignorieren das kommt dann eher auf epische das aber in einem anderen video heute geht es erstmal um den brimstone segen ihr seht schon alle champions sie bei mir an bossen laufen haben wenn ich stufe 1 nur stufe 1 seht ihr ich habe gar keine hohen stufe ist nur stufe 1 und das reicht das führt dazu dass sie oder dieser segen an bossen schaden macht beispiele kommen jetzt gehen wir mal hin meine letzten zwei hydra fights full auto full auto ihr seht jetzt also nicht irgendwie geklickt sondern laufen eigentlich macht stahl an und lasst laufen so dann seht ihr jetzt hier sie ist ja okay sie ist ja macht generell schon hohen schaden mit dem brimstone richten man 25 millionen gegenüber husk vergessen der max lp champion ist der advo lentes gian sie auch aber sie brimstone 25 millionen immer auf brutal bei brutal ließ auch full auto da hatte genau da habe ich dann hier mit nekmo hatte den segen misrala hat einen anderen wobei ich mich gerade wahrscheinlich wieder umbauen werde auf denen aber das ist ein anderes thema hier habe ich baron getestet das war einfach ein versuch wert aber nekmo ist ein ein nicht der menschen der der macht einfach gar nichts hat kein damage equipment nichts hat einfach mal ein paar millionen mehr gemacht deswegen ja misrala hat in einem fall schon mal zehn millionen durch den brimstone buff also ihr bekommt einfach kostenlos millionen an schaden dazu das funktioniert natürlich auch bei champion ich mache jetzt einfach nur ein paar beispiel dass ihr seht was das heißt also wir gehen jetzt mit diesen champion der schafft den boss ja sowieso okay relativ einfach relativ easy und damit ihr mal seht wie 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 stark dieser 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 wir haben nur 20 prozent ne guckt zack und schon hat ein stemp den debuff seht ihr das fertig wenn der jetzt angreift mit einem und bumm alle schaden gekriegt habt ihr sehen ja wir haben nur 20 prozent chance zu triggern aber und jetzt kommt der clue jeden treffer den ihr macht hat wiederum 20 prozent das heißt habt ihr einen champ der mehrfach angreift durch einen gegenangriff oder wie helikas er immer angreift wenn ein verbündeter getroffen wird der blocke schaden hat pro angriff das heißt hat jedes mal die chance mit jedem doppelhit den er dann macht die chance von 20 prozent also jeder treffer das heißt natürlich dann wenn ihr eine aoe macht auf fünf gegner habt ihr fünfmal 20 prozent chance diesen segen zu applyen der segen hat ein coolon von vier runden das habe ich am anfang selber erst nicht gecheckt der coolon gilt für euch also wenn ihr den applyt habt dann habt ihr vier runden müsst vier runden cd intern die erst überwinden müsst um dann jetzt guck mal wenn er irgendwann mal drauf ist jetzt natürlich jetzt kommt er nicht einmal drauf sonst haben wir regelmäßig drauf natürlich super ne sagen wir haben soll jetzt pass auf achtung jetzt ist er nein doch erst dran wir machen jetzt mal nur die 1 die 1 so achtung jetzt kommt daran um habt ihr sehen 325.000 da kam gerade noch der brimmsdorn am ende runter das ist natürlich extrem das wirkt sich dann besonders bei bossen aus wie klanboss also wenn wir den klanboss fight machen dann machen wir mal zum schluss weil dann muss ich abbrechen danach dass wir den klanboss dann nicht die umsonst haben immer mal zu dem team hier hin so das team würde bestimmt doppelt so lange laufen wenn der brimmsdorn äh nicht drauf wäre dazu muss ich sagen dass dieses team natürlich schneller auch mit geomancer laufen würde aber achtung brimmsdorn haben nur 20 prozent chance die habe ich sie jetzt applyt richtig wir haben auf uns blöcke schaden gemacht der boss kam dran hat einen angriff ausgelöst hat alle gegner getroffen und wir mussten haben einen gegenangriff zurückgemacht mit helikas doppelhit und einer dieser hits hat jetzt brimmsdorn getriggert so brimmsdorn also der sägen zerschmettern ich nenne ihn aber kurz brimmsdorn der wird ausgelöst immer wenn ein gegner einen skill benutzt der auf cooldown gehen kann also sprich hier die der dritte oder der zweite die a1 lösen diesen buff nicht aus oder diesen debuff also das heißt da kommt kein meteor runter und geht trotzdem eine runde runter das heißt idealerweise kriegt man es natürlich drauf wenn a2 und a3 auf cooldown sind dann einfach mehr damage kriegt so jetzt passt auf kommt der boss gleich dran passt auf jetzt kommt der meteor runter und 367.000 damage blät auf den boss so und wenn man das nicht mal hochrechnet das über den ganzen fight ja also das sind ja immer richtig richtige sprünge die der boss da macht sieht das ist ja gerade weg jetzt müssen wir vier runden cd von unserem helikas intern durchgehen also er muss vier runden dran gekommen sein wenn ihr relentless gear hättet theoretisch dann ist relentless trigger also wenn der relentless triggert und ihr kommt noch einmal dran eine zusatzrunde dann ist das eine extra runde und somit auch eine runde cooldown runter von dem sägen also damit ja den sägen cooldown könnt ihr nicht resetten der hat vier runden punkt das ist einfach so das ist mal wieder ein gegen angriff zack jetzt sind die vier runden müssten jetzt langsam durch sein wollen wir uns jetzt nicht täuschen wieder ein gegen angriff ah schade 20% nicht getriggert wieder nicht vielleicht nächstes mal also egal wenn wir den kampf nicht durchgehend laufen lassen geht er darum euch zu zeigen was dieser schaden hier macht so wir brechen jetzt in versuch machen wir noch gucken wir nochmal ne gerade hätte ja sein können dass er das jetzt hier abkriegt ne ok dann würde ich sagen brechen wir jetzt hier ab einfach damit der fight nicht zu lange geht aber wie gesagt 20% das video davor also wenn ihr das video davor anguckt wo ich das team beschreibe da seht ihr dass helikas mehr damage macht als armiger obwohl der max lp champion ist wie gesagt an allen bossen ebenfalls doom tower leider ist jetzt erst die rotation bei ja hier aber ihr seht ihr ich habe hier einen champ drinne mit brimstone oder so kommen wir zum boss und was passiert wenn der boss drankommt richtig und der boss ich finde hat sehr viel lp sehr sehr viel lp das heißt sehr viel lp heißt sehr viel brimstone damage buff äh brimstone damage also vom meteor den zerschmettern gehen wir kurz zum boss so und ähm siehst du ja natürlich super hat auf der a1 ein triple hit und ein triple hit heißt drei chancen den buff zu planen also max lp hier seht ihr 700.000 schaden 700.000 liegt einfach daran obwohl wir nur 10% haben der boss hat halt 4 lp so jetzt ist ja der dings drauf achtung kommt die spinne dran boom 522.000 damage 522.000 damage nebenher nebenher nicht irgendwie extra damage boost hier sondern nebenher einfach nur ja dieses jahr macht ja schon gut schaden durch lp sie macht aber besonders viel schaden durch den max lp hit vom zerschmettern ganz wichtig und das muss man wirklich sagen es ist ein skill oder ein debuff der nur triggert mit der a2 oder der a3 also ihr seht jetzt hier nur der hier der skill der hat drei runden cd der hat drei runden cd und die a1 hat ja keinen also wenn sie die a1 benutzt würde der der brimstone nicht triggern also nochmal wenn ihr an bossen spielt zack da ist er jetzt drauf guckt da schon wieder können wir gleich mal gucken jetzt kommt der boss wieder dran da gucken wir jetzt gleich wieder dran komm dann macht es gleich wieder schön ratschi damit töten wir ihn vielleicht vielleicht töten wir ihn sogar damit komm wir töten ihn damit und und boom ah schade hätte ja klappen können warum haben wir jetzt weniger schaden gemacht ganz einfach ein großer fehler von mir mein einer septimus hat max lp verringert also das vernichten set und sieht hier oben die max lp wurde verringert und somit macht natürlich auch der brimstone weniger damage also es ist eher mein fehler nichtsdestotrotz oh wir können es jetzt habe ich den den lp ja ok wir hatten keinen lp drauf super dann können wir uns nochmal angucken wie ich verlauert bei endscheiß gut ist das scheißegal man wir wollen ja den sowieso nicht machen den boss sollt ihr euch bloß zeigen wie der brimstone funktioniert also an allen bossen wo ihr dran spielt lohnt sich dieser dieser segen und ja also ihr könnt schon mal gucken hier ist noch nicht drauf die habe ich noch nicht am boss gespielt aber am boss steht da gerade in den fraktionskriege am boss am boss brimstone brimstone bei mir ist überall sie spielen arena wobei das mir noch nicht gefällt da werde ich auch nochmal was ändern aber hier brimstone 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 alle champs die ich irgendwie irgendwo spiele die an bossen spielen versuche ich diesen buff zu machen es sei denn ich habe schon in der runde also in dem team setup ein wo brimstone drin ist wer jetzt sagt ja aber die segen das schaffe ich nicht der einfach das letzte video anschauen ich habe ein video gemacht über das super einfache team geringere stats sollte da jeder mit klarkommen also in diesem sinne schreibt mir in die kommentare ob ihr das genauso seht sagt ihr hey nee für mich ist ein anderer segen besser ich sage ich sage es gibt noch andere segen wir reden jetzt von legendären segen wir haben auch noch einen epischen segen kurz zum schluss und zwar dieser zum beispiel raussamkeit senkt den defense wert des ziels zum einen brunnen bis zu zehn prozent für champions bis zu fünf prozent für endboss hört sich wenig an fünf prozent fünf prozent defense senken erbaut sich wenn man das auf euren damage dann bei der hydra hat ja gut lassen wir es so in den sinne wünsche was bis dann einfach auf tschau tschau